Kaiserwetter und Köstlichkeiten, das war am Wochenende die ideale Mischung für Westerstädte à la carte. Unter diesem Motto bekamen tausende Gäste von sechs Gastronomen Leckeres aufgetischt. Wer zum Beispiel einmal Lama-Fleisch kosten möchte, hat dazu an diesem Montag auch noch die Möglichkeit. Die Stände auf dem alten Markt im Herzen der Ammerländer Kreisstadt sind von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017